Ich habe uns heute ein spannendes Thema mitgebracht und im Gegensatz zu euch durfte ich ganz intensiv merken im Lobpreis, wie Gott da voll seine Verheißung drauf gelegt hat, weil alles was gesagt worden ist bisher durch die Moderation, durch die Lieder war absolut 100% die Predigt und deswegen bin ich so froh, dass Gott eben so klar spricht und bevor ich euch gleich sage, um was es geht, will ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Benjamin Kunz, ich bin hier aus der Gemeinde und ich habe immer wieder mal das Vergnügen, ab und an was zu sagen und auch heute eben ist es so, dass ich predigen darf. Wie sieht dein Alltag aus? Ihr wisst ja, ich bin ein Praktiker und ich liebe es, wenn wir uns praktische Dinge anschauen. Nicht so theoretisch, tief theologisch, sondern wirklich praktisch. Und deswegen habe ich gedacht, wie sieht dein Alltag aus? Wie sieht mein Alltag aus? Kennt ihr das? Ihr steht morgens viel zu spät auf. Ihr wacht auf, oh shit, ihr seid eigentlich schon viel zu spät dran, noch kurz ins Bad flitzen, vielleicht noch duschen oder nicht, je nachdem ob es reicht. Ihr rennt runter in die Küche, haut euch einen Toast rein, ab ins Auto, oh shit, der Penner! Der Penner vor euch, er fährt wie eine Sau und du könntest dich aufregen. Dann kommst du an der Arbeit an, völlig abgehetzt und ach ja, ich bin ja Christ. Noch stell beten, lieber Herr, schenkt mir einen guten Tag und los geht's. Wer von euch kennt sowas? Ich bin ehrlich zu euch, ich kenne solche Momente, leider nur zu gut. Und ich sage euch auch als Christ, mein Alltag ist immer wieder geprägt davon, dass ich eben nicht 100% auf Gott fokussiert bin, sondern einfach von den Dingen, die mich so bedrängen. Und daher meine Predigt heute. Konkrete Nachfolge. Auf Gottes Stimme hören. Ich habe es gerade eben gesagt, ich möchte eine praktische Predigt machen. Deswegen habe ich drei Punkte, die ich euch gern weitergeben möchte. Als erstes möchte ich gern sprechen zu euch über das Thema Du, dein Alltag und Gott. Als zweites auf seine Stimme hören. Und als drittes über den Punkt, mach's konkret. Wie sieht das denn wirklich aus? Wie lebe ich mit Gott konkret im Alltag? Zu meinem ersten Punkt. Du, dein Alltag und Gott. Ich habe es ja eben gesagt, Alltag, ich weiß nicht, wie dein Alltag aussieht, mein Alltag sieht leider viel zu oft davon aus, dass Gott irgendwie nur so eine Nebenrolle spielt. Ich habe mir fest vorgenommen, immer dann, wenn ich Momente habe, wo ich mich auf Gott fokussiere, jawohl Gott, jetzt starten wir gemeinsam voll durch. Und irgendwie passiert mir das, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, dass mein Alltag mich überrollt. Und dann kommt ein Termin, dann ruft jemand an, ich sollte das noch machen, ich habe noch das Privileg, zwei kleine Kinder zu haben, die wollen auch noch was von mir. Und irgendwie ist der Tag schon rum und irgendwie hat Gott da nicht so eine große Rolle gespielt. Aber auf dem Herzen habe ich es total gehabt. Ich wollte es ja. Woran liegt es also, dass ich das ja nicht so schaffe? Liegt es an mir? Liegt es an den Umständen? Ich weiß nicht, könnt ihr das nachvollziehen? Wahrscheinlich schon ein bisschen. Ich glaube, der Fehler, oder wenn man von Fehler sprechen darf, liegt schon darin, dass wir unsere Prioritäten, die wir haben, oft falsch setzen. Wir meinen, Dinge für wichtig zu achten, die vielleicht aus Gottes Sicht gar nicht so wichtig sind. Wir haben das Gefühl, in dem Moment, in dem wir was tun, dass das jetzt dran ist. Und wir machen das natürlich dann auch. Sei es die Kinder in den Kindergarten bringen, sei es unseren Beruf gut und ehrlich auszuführen, sei es, ja, die Dinge eben, unsere Termine zu verfolgen. Die Frage, die sich mir aber dabei stellt, ist einfach, sind die Prioritäten dabei richtig gesetzt? Ich habe ja meine Predigt genannt, du, dein Alltag und Gott. Die Frage ist, stimmt die Reihenfolge hier schon? Geht es wirklich um dich und um mich? Und auf welcher Stelle kommt Gott? Kommt Gott auf Platz zwei oder drei oder sogar noch später? Oder sollte Gott vielleicht nicht eher an erster Stelle kommen? Ich bin froh, dass wir die Bibel haben und ich bin auch froh, dass uns Gott mit dieser Fragestelle eben nicht alleine lässt. Und heute Morgen, deswegen kann ich das jetzt aufgreifen, haben wir es zweimal gehört, Römer 8. Ein wunderbarer Brief beziehungsweise ein wunderbares Kapitel, wo Gott so klar redet. Und in Römer 8, Vers 3 heißt es, deshalb sandte Gott seinen Sohn und er wurde Mensch und er war genauso wie wir der Sünde ausgeliefert. Ich habe das Privileg, auch in der Jugend zu arbeiten und ich darf immer wieder mit Jugendlichen auch reden über den Glauben, über Beziehung. Und oft ist so der Gedanke da, ja Gott, das war schon gut, was der gemacht hat am Kreuz, Jesus, aber er war ja Gott. Ich meine, Jesus hat Wunder getan, aber er war ja Gottes Sohn. und ich bin ja Mensch und ich will dir sagen, wenn du so denken solltest, hey, dann hast du fast schon gesündigt. Gott war zu 100% Mensch, er war Mensch wie du und ich und er war genauso der Sünde ausgeliefert. Er hatte genauso die Probleme, genauso die Versuchungen und wir sollten uns deswegen auch Jesus als Vorbild nehmen für unser Leben, weil er eben auch Mensch war und ich bin froh, dass er Mensch war. Und ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen, dass Gott eben Jesus geschickt hat, genau deswegen. Jemand, der uns gleichkommt, jemand, wo wir uns nachvollziehen können, wo wir sagen können, jawohl, nach dem orientieren wir uns und das wollen wir tun. Er war Mensch wie du und ich. Aber wie hat Jesus das gemacht? Wir wollen heute mal bewusst auf diesen Jesus schauen und uns mal angucken, wie hat Jesus das geschafft im Alltag nicht der Sünde ausgesetzt zu sein beziehungsweise nicht zu fallen. Ich bin mir sicher, dass Jesus auch immer mal wieder, wenn er mit seinen Freunden da gesessen hat am See und vielleicht ein paar Steine ins Wasser geschnippt hat, auch einfach so mal gemütliche Stimmung hatte und auch abschweifende Gedanken gekriegt hat, hey, wie schön wäre es jetzt einfach mal eine Runde entspannen oder was weiß ich. Aber Jesus hat den Blick vom Vater nicht verloren. Und wie hat er das geschafft? Ich will es euch verraten. Jesus hat es geschafft, indem er in einer ständigen Verbindung mit dem Vater war. Und das Zweite ist, er hatte den Heiligen Geist in sich. Das ist der entscheidende Faktor. Jesus war durch und durch getrieben vom Vater und durch den Heiligen Geist. Alles, was er getan, alles, was er gewirkt und gemacht hat, war, weil der Geist Gottes in ihm war. Wisst ihr, Jesus war Mensch. Mensch, das, was er getan hat, war natürlich ein Stück weit menschlich, aber es war vielmehr noch göttlich. Nämlich durch das, dass Gottes Geist in ihm war. Und das müssen wir verstehen. Jesus konnte das niemals von sich aus tun. Jesus hätte das nie geschafft, der Sünde zu widerstehen. Er konnte es nur deswegen, weil Jesus ihm, weil sein Vater, nämlich Gott, ihm die Kraft dazugegeben hat. Gott hat ihn befähigt. Und Jesus, und das ist der entscheidende Faktor, hat es zugelassen. Er hat nämlich gesagt, Heiliger Geist, komm du in mein Leben und wirke du in mir. Hier bin ich. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Wirke du in mir. Ich meine, muss man vielleicht auch sagen, eine Kleinigkeit hatte Jesus uns doch voraus. Er kannte den Himmel und er wusste, wie gut sein Vater war. Und deswegen hatte er auch eine andere Perspektive vielleicht wie wir. Er wusste, er hat gesehen und geschmeckt, was kommen wird danach. Er wusste, wie sehr es sich lohnen wird, durchzuhalten. Er wusste ganz genau, dass wenn er den Willen des Vaters tut, dass wir gerettet werden. Und deswegen war er auch fokussiert auf den Vater. Und ich möchte jetzt mit euch gemeinsam in die Bibel schauen. Wir werden jetzt gemeinsam eine Geschichte hören von Jesus oder lesen, wo Jesus einen kranken Mann heilt. Dieser Mann war schon 38 Jahre lang krank, schwer krank. Er war so krank, dass er sich nicht mal bewegen konnte. Er lag immer auf dem Boden und er hat gehofft, dass er geheilt wird. Aber 38 Jahre lang passiert nichts. Nichts bis zu dem Tag, an dem Jesus kommt. Und wir finden diese Geschichte in Johannes Kapitel 5. Ein paar Verse früher, wir fangen gleich später an. Als Jesus diesen Mann geheilt hat, was wunderbar ist, könnte man meinen, wow, ein Wunder ist geschehen. Jesus hat jemand gerettet, der schwer krank war. Jetzt gibt es dann einen kleinen Haken. Jesus hat den Mann geheilt, was zunächst gut war, aber er hat geheilt an einem Sonntag. Und an diesem Sonntag, müsst ihr wissen, im jüdischen Kontext, am Sonntag was zu tun, zu heilen oder zu arbeiten, das geht gar nicht. Und die führenden Männer und die Pharisäer, die haben Jesus natürlich angeklagt. Sie haben gesagt, Jesus, wie kannst du das tun? Und genau hier wollen wir jetzt mit unserem Text einsteigen. Wir lesen gemeinsam eben ab Vers 19, Johannes Kapitel 5. Auf diese Einschuldigung der führenden Männer und Juden entgegnete Jesus. Ich sage euch die Wahrheit. Von sich aus kann der Sohn nichts tun, sondern er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Was immer aber der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn weil der Vater den Sohn liebt, zeigt er ihm alles, was er selbst tut. Der Sohn wird noch viel Größeres tun, weil der Vater sie ihm zeigt. Ihr werdet staunen. So wie der Vater Tote auferweckt und ihnen neues Leben gibt, so hat auch er dem Sohn die Macht dazu gegeben, neues Leben zu geben, wer mehr will. Denn nicht der Vater spricht das Urteil über die Menschen. Er hat das Richteramt viel mehr dem Sohn übertragen. Damit alle, die den Sohn ehren, genauso wie der Vater, wer am Ende den Sohn nicht anerkennen will, der wird verachtet. Auch die Herrschaft des Vaters, den auch der Sohn gesandt hat. Ich finde in diesem Textabschnitt zwei Verse, nämlich den Vers 19 und den Vers 22, ziemlich markant und die wollen wir uns näher anschauen. Vers 19, gerade eben haben wir gelesen, dass der Sohn nichts tun kann ohne seinen Vater. Ich habe das eben schon gesagt zu euch, aber das müsst ihr euch nochmal auf der Zunge zugehen lassen. Jesus, der Sohn Gottes, Jesus, der jetzt im Moment im Himmel ist schon regiert. Er konnte, als er hier auf der Erde war, nichts tun ohne seinen Vater. Das heißt, es war elementar für ihn. Er hätte, selbst wenn er es gewollt, hätte er das nicht hingekriegt. Er hat den Vater gebraucht, genauso wie er den Heiligen Geist gebraucht hat. Und das ist ein absolut wichtiger Fakt für uns. Und das nächste ist im Vers 22, dass alles das, was Jesus spricht und sagt, dass das immer zu 100% des Vaters Wille ist. Jesus war im Vater und der Vater war auch in ihm. Ihr merkt also schon, auf was ich hinaus will. Ich will darauf hinaus, dass Jesus durch diese Beziehung, die er mit dem Vater gehabt hat, alles gewirkt hat und alles am Ende auch vollbracht hat, auch am Kreuz auf Golgatha. Ihr müsst euch jetzt den Kontext in dieser Geschichte vorstellen, Jesus hat geheilt, die führenden Männer, die Juden sind eh schon leicht erbost, weil sie sagen, hey, wie kann der heilen am Sonntag, das geht gar nicht. Und jetzt kommen sie zu Jesus und sagen zu ihm, Jesus, warum machst du sowas, das geht gar nicht. Und Jesus sagt zu ihnen diese Antwort, nämlich, ich kann nur das tun, was mir der Vater aufs Herz legt. Ich kann nur das tun, was der Vater in mich hineingelegt hat. Und jetzt könnt ihr vielleicht auch nachvollziehen, dass die führenden Männer und Juden nach genau dieser Aussage gesagt haben, hey, jetzt ist vorbei, jetzt müssen wir den Jesus umbringen. Sie hatten nach dieser Aussage von Jesus den Entschluss gefasst, Jesus ans Kreuz zu bringen. Warum? Jesus hat hier indirekt natürlich gesagt, ich bin Gottes Sohn und damit hat er aus der Sicht der Juden Gotteslistung betrieben. Er hat nämlich gesagt, ich bin Gott und das ging für die Juden überhaupt nicht. Soviel zum Text. Wir finden ein paar Verse weiter in diesem Textabschnitt, noch zwei oder drei weitere wichtige Gedanken für uns, auf die wir uns heute stützen wollen, nämlich Affair 26 lese ich nochmal. Denn in meinem Vater ist das Leben und nach seinem Willen hat er auch der Sohn dieses Leben in sich. Er hat ihm die Macht gegeben, die ganze Menschheit zu richten, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch nicht darüber. Der Tag wird kommen, an dem die Toten ihre Gräber, an dem die Toten in ihren Gräbern die Stimme von Gottes Sohn hören werden. Dann werden alle Menschen ihre Gräber verlassen, die, die Gutes getan haben, werden auferstehen, um ewig zu leben. Die aber, die Böses getan haben, um verurteilt zu werden. Dabei, achtet darauf, dabei kann ich nicht eigenmächtig handeln, sondern ich entscheide, so wie Gott es mir sagt. Deswegen ist mein Urteil auch gerecht. Denn mir geht es nicht darum, meinen eigenen Willen zu tun, sondern ich erfülle den Willen Gottes, der mich gesandt hat. Jesus konnte und kann nichts aus sich tun. Und Jesus tut immer den Willen des Vaters. Und das ist wunderbar, denn das, was Gott, der Schöpfer des ganzen Universums, das, was Gottes Plan ist, verwirklicht sich hier, nämlich in Jesus, seinem Sohn. Und ich staune darüber, wie diese Beziehung, die Jesus gehabt hat, zu seinem Vater war. Wisst ihr, wir lesen ganz oft in der Bibel davon, dass Jesus sich zurückgezogen hat zum Gebet, dass Jesus sich Momente der Ruhe genommen hat, um eben den Vater zu suchen. Es war wichtig, dass Jesus sich fokussiert auf den Vater. Der Vater hat ihm gelebt, aber er musste ihm auch den Raum geben. Er musste auch das zulassen, dass der Heilige Geist und der Vater in ihm wirken dürfen. Und das hat Jesus ganz aktiv betrieben und deswegen hat er auch gehandelt und er konnte auch am Ende eben den Tod besiegen. das ist der Schlüssel in meiner ersten Aussage oder in meinem ersten Textabschnitt. Macht euch bewusst, dass Jesus gehandelt hat durch den Vater und dass Jesus in hundertprozentiger intimer Einstimmigkeit mit dem Vater alles getan hat. Und das sollte auch uns ermutigen, diese Beziehung, die er mit dem Vater gehabt zu haben, dass wir die auch wollen. Nämlich eine intime Beziehung mit ihm, dem Vater. So, zurück zu unserem Ausgangspunkt. Du, dein Alltag und Gott. Passt die Aussage von Jesus zu deinem Leben, zu meinem Leben? Suchen wir regelmäßig den Vater? Sind wir bei allem dem, was wir tun, zu 100% auf Gott fixiert? Oder spielt Gott nur eine Nebenrolle? Ich möchte dich ermutigen, dass du dir neu bewusst machst, dass der Vater dich liebt und dass du nichts aus dir aus tun kannst. Mach dir bewusst, dass du den Vater brauchst und dass er auch gleichzeitig in dir wirken will. Gib ihm aber auch die Zeit dazu. Nimm dir immer wieder Momente der Ruhe. Frag Gott. Vielen Dank, Rebecca, für dein kurzes Zeugnis, in dem du sagst, hey, ich möchte den Vater suchen. Ich nehme mir Zeit. Ja, ich sage Gott, wie es mir geht, aber ich höre auch zu. Das ist der Schlüssel. Eine Frage zum Schluss von diesem ersten Punkt ist, für wen oder was tust du die Dinge, die Dinge, die du tust? Machst du es in erster Linie für dich, für deine Freunde, für deinen Chef, für Gott? Nimm die Frage mal mit. Ich hoffe, dass ich am Ende meiner Predigt dir darauf eine Antwort gegeben hat. Ich möchte meinen ersten Punkt schließen mit einem Fazit, nämlich das Fazit heißt, mach Gott zu deinem wichtigsten Anliegen in deinem ganzen Leben. Lebe in einer ständigen und in einer lebendigen Beziehung zu ihm und aus seiner Kraft. Lebe zu 100% in Abhängigkeit von ihm. Lebendige Beziehung heißt auch, wir dürfen fallen. Es ist nicht immer einfach. Lebendig heißt auch, es ist dynamisch. Aber vor allem, es ist 100% auf Gott ausgerichtet. Und somit sollte unser erster Punkt nicht heißen, du, dein Alltag und Gott, sondern Gott, du und dein Alltag. Mach Gott zu der Nummer 1 in deinem Leben. Aus dieser Beziehung heraus entsteht alles andere. Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Auf Gottes Stimme hören. Es ist eigentlich kein separater Punkt, sondern es ist eigentlich wirklich die Fortsetzung zu meinem ersten Punkt. Wir sind jetzt in dieser lebendigen Beziehung, wir strecken uns immer wieder aus zu Gott. Jetzt ist ja die Frage, wie lebe ich damit? Wie kann ich verstehen, wie kann ich Gott hören? Woher weiß ich, was Gott will in meinem Leben? Wie komme ich genau dahin? Und ich habe es ja vorher in der Einleitung kurz gesagt, ich will die Predigt recht praktisch gestalten. Ich will es aus meinem Leben euch weitergeben und ich möchte eben auch, dass ihr am Ende dieser Predigt ermutigt seid, mit Gott Wege zu gehen, die ihr vielleicht bisher noch nicht gegangen seid. Ich muss mal kurz was holen. Wer von euch kennt dieses Buch? Zwei Leute? Gut, dann passt ja perfekt. Stephanus, du solltest das Buch auch kennen, das ist nämlich dein Buch. als ich das Buch vor etwa drei bis fünf Jahren vom Stephanus kurz ausgeliehen habe. Stephanus, du kriegst es heute zurück, ich habe es hier im Original neu gekauft, ich lege es dir hin. Ja, hat mich das begeistert und ich habe das Buch gelesen und ich war wirklich fasziniert davon, wie Gott wirkt. Es hat mich die letzten Jahre wirklich verändert und es hat auch mein komplettes Denken und Handeln, wie Gott wirkt, verändert. Und deswegen ist das ein Buch, das ich euch wirklich ans Herz legen möchte. Wenn ihr dieses Buch nicht kennt, lest es. Es ist super einfach und es ist überhaupt nichts Hochteologisches, sondern es ist absolut praktisch und lebensnah geschrieben. Ich möchte das Buch gerne als Anlass nehmen und ich möchte euch gerne was vorlesen aus diesem Buch. Und zwar der Autor dieses Buches schreibt hier was sehr Interessantes. Er schreibt auf, wie diese Beziehung mit dem Vater ist. Er beschreibt auch auf, wie unser Leben als Christen sein sollte. Und er schreibt hier in diesem Buch sage ich nur selten, was sie tun müssen. Abgesehen davon, Gottes Wort in sich aufzusaugen. Auf diese Weise werden sie das einzige Rezept kennenlernen, das je funktioniert hat. Ganz und gar die Göttlichkeit und Vertrauenswürdigkeit Jesu zu glauben und es dann zum obersten Ziel ihres Lebens zu machen. Sich wie Jesus zu verhalten. Das sollte das normale christliche Leben sein. Er tut davor in dem Buch kurz aufgreifen, wie das ist. Vielleicht kennt ihr diese zwei Stimmen, wo ihr habt. Eine Stimme, die sagt, hey, mach's nicht. Und die andere Stimme, klar, mach's. Und er sagt, das ist so ganz normal als und er sagt, hey, ruf zum Beispiel mal der Person XY, bet für sie. Oder hey, der Mann an der Straße, geht zu ihr hin und legt der Mann die Hand auf, bet für Heilung. Und dann auf anderer Seite die Stimme, ich nenne sie mal die Stimme der Vernunft, immer wieder sagt, nee, guck mal, wenn du das jetzt machst, was sollen dann die anderen denken? Oder, hey, das passt jetzt Gott, ich will aber einfach mal sagen, die Welt und Gottes Geist. Wisst ihr, auf der einen Seite haben wir Gottes Geist in uns, der in uns lebt und der auch ständig zu uns spricht, auf der anderen Seite haben wir eben diese Welt, diese Gedanken von uns, die uns immer wieder abbringen und eben nicht auf Gott fokussiert lassen. Und genau hier setzt er an. Er sagt, hört auf die Stimme von Jesus. Und die Stimme von Jesus sollte das Ziel sein. Ich hoffe, dass er sie dazu inspiriert, mit fast waghalsiger Hingabe, das unglaubliche Abenteuer der Jesus Nachfolge zu beginnen. Mit Jesus nachzufolgen ist wahrlich ein Abenteuer. Es ist sicher nicht immer einfach, aber es ist sicher immer wieder herausfordernd. Es ist immer wieder so, dass ich sage, auch ich, ich bin jetzt gefühlt seit ich 14 bin Christ, immer wieder wirklich so, dass ich sagen kann, ich muss mich neu ausstrecken zu dir, Jesus. Ich brauche dich jetzt, weil jetzt habe ich eine Herausforderung. Jesus wirkt du in mir, ich brauche dich. Auch in meiner Jugend, wenn ich meine Jugend leite, es fällt mir nicht alles in den Schoß. Aber indem ich in dieser Beziehung lebe, glaube ich, dass Gott mir die Dinge gibt, die ich brauche. Und in diesem Buch gibt es ein ganz gutes Prinzip und das möchte ich euch vorstellen, nämlich praktisch. Dieses Prinzip, ihr habt diese zwei Stimmen im Kopf, sagt folgendes, ihr bekommt jetzt einen Eindruck von Gott, ihr bekommt jetzt einen Gedanke und jetzt geht es darum, wie gehst du mit dem Gedanke um. Nämlich das Prinzip heißt, tu als nächstes einfach das, von dem du dir ziemlich sicher bist, dass Gott es möchte. Und jetzt ganz wichtig, tu es in den nächsten zehn Sekunden. Warum? Der Gedanke ist folgender. Nehmen wir an, du kommst an eine Straße und du siehst einen Bettler, einfach mal aus der Luft gegriffen. Und du hast jetzt ganz stark den Eindruck, dass du dieser Person helfen solltest. Du hast es ja so, dass in unserem Kopf sofort was anfängt zu rattern. Nämlich, oh, macht das Sinn? Und was denken dann die Leute? Und habe ich überhaupt noch genügend Geld? Und ich weiß nicht, ich muss mich absprechen. Und schwupps, die wupps sind zehn Sekunden vorbei. Und in den zehn Sekunden hättest du dich eigentlich fürs Richtige entschieden. Nach deinen Überlegungen oft, gedrängt von dieser zweiten Stimme hier oben, tust es nicht. Und deswegen sagt das Prinzip, wenn du dir sicher bist, dass Jesus es auch tun würde, dann mach es. Wisst ihr, es geht nicht darum, dass wir immer absolut genau wissen, was jetzt genau dran ist. Es geht aber darum, dass wir Gott kennen und dass wir, wenn wir den Eindruck haben, dass es von Gott kommt, es auch tun. Und es ist gehorsam. Es ist gehorsam, wenn Gott zu uns spricht und sagt, lieber Benjamin, sprich mal mit der Julia, ruf an, bete für sie, dass ich es tue. Ich habe aber die Gewalt und die Entscheidung darüber, ob ich das machen will. Und so ist es auch bei dir. Wenn du als Christ lebst, hast du immer die Möglichkeit, dich richtig oder falsch zu entscheiden. Es geht auch nicht darum, wenn am Ende, wenn ich mich falsch entschieden habe, dass ich dann irgendwo in die Hölle komme oder so. Darum geht es nicht. Mir geht es aber darum, in einer lebendigen und kraftvollen Beziehung mit dem Vater zu leben. In dem Wunder passieren, in dem Jesus der Mittelpunkt ist. Und dazu ist es auch wichtig, dass ich gehorsam bin. Kleine Schritte gehen. Ganz praktisch im Alltag sich immer Gott, soll ich jetzt diese 50 Euro nehmen und damit einen Kinoabend verbringen, der cool wäre, oder soll ich die 50 Euro nehmen und der Person geben, links neben mir, die es eigentlich viel mehr braucht wie ich. Versteht ihr, auf was ich hinaus will? In allen Dingen, in jeder kleinen praktischen Frage, die ihr habt im Alltag, sollte immer genau das die Fragestellung sein. Gott, ist es was, was dir dient? Jesus ist das was, wo du ein Ja dazu hast oder nicht? Vielleicht stellst du dir jetzt die Frage, woher soll ich das wissen? Woher soll ich denn jetzt wissen, ob Jesus das gut findet oder nicht? Ja gut, ich sollte meinen Freund natürlich kennen. Kennst du Jesus? Kennst du Gottes Wort? Der Autor hat vorher geschrieben von diesem Buch, wir sollten das Wort Gottes in uns aufsaugen. Wir sollten die Bibel kennen durch und durch. Warum? Weil wir dadurch den Vater kennenlernen. Wir lernen das Herz des Vaters kennen und wir wissen ganz oft die allermeisten Fragen in unserem Leben schon die Antwort unabhängig davon, ob ich ihn gefragt habe. Wenn ich die Bibel kenne und wenn ich Jesus kenne, dann kann ich ganz viele Fragen schon beantworten und muss mir nicht Gedanken machen, ist es jetzt richtig oder falsch. Deswegen glaube ich, ist das eben auch wieder ein Schlüssel. Fang an regelmäßig die Bibel zu lesen. Kenne Gott und kenne seine Gedanken. Ich möchte zu diesem zweiten Punkt euch zwei praktische Beispiele noch geben. Ich hatte das Beispiel mit dem Bettler auf der Straße. Kennst du vielleicht? Andere Geschichte. Samstag Morgen. Die Sonne scheint, perfektes Wetter, du denkst, yes, meine Zeit, das nutze ich. Ich habe mir schon lange vorgenommen, entweder reinzufahren, schwimmen zu gehen oder für mich als Häuslebauer, ich nutze jetzt endlich die Chance, schneide endlich die Hecken, muss noch den Rasen mähen, sollte da vorne noch im Garten ein Beet umkraben für meine Frau, die will Hecken pflanzen und du hast eine Mordsagenda, die du tun sollst. Ziehst du die Arbeitshose an, Hemd angezogen, acht Uhr, es kann losgehen, perfekt. In dem Moment kommt der Gedanke. Hey, Benjamin, melde dich mal, dringend, bei Person XY. Ruf ihr jetzt an. Und jetzt geht die Gedankenmühle los. Ja, na klar, ich rufe der schon an, aber jetzt passt es nicht. Jetzt muss ich ja arbeiten oder jetzt will ich doch reinfahren. Der Gedanke war aber ganz klar. Ruf der Person jetzt an. Und jetzt ist die entscheidende Frage, wie gehst du damit um? Ist es so, wie ganz oft bei mir in meinem Leben, dass ich sage, ja, ich mache das schon, Gott, aber ich mache es nachher. Ganz bestimmt nachher, weil ich muss jetzt noch eben eins, zwei, drei und wie ist es dann? Du machst deine Agenda, du machst deine Termine, es ist Abend, ups, ich habe es vergessen. Wisst ihr, Gott ist nicht davon abhängig, ob du das tust oder nicht. Dein Leben ist von ihm abhängig. Aber ich glaube eben genau, dass es darum geht, dass wir gehorsam sind. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du solche Situationen kennst, auf der Arbeit, in deinem Leben, mit deinen Kindern oder auch alleine in deiner Gebetszeit, dass du anfängst, Schritte zu gehen. Nämlich das zu tun, was er dir sagt, durch sein Geist, durch sein Wort. Fang an und mach es wie Jesus. Diese zwei Punkte, kenne Gott, kenne die Bibel und als zweites, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt noch, mach dich auf für das Reden Gottes. Sensibilisiere dich für das Hören Gottes. Wisst ihr, das eine kann sein, dass wir gar nicht richtig hinhören. Das andere kann aber auch sein, dass du Gottes Stimme vielleicht gar nicht mehr kennst oder noch nicht kennst. Weil du eben getrieben bist von deinem Alltag, weil du getrieben bist von deinen Dingen um dich herum. Und da bin ich davon überzeugt, das sagt nämlich das Wort Gottes, Gott redet ständig und immer. Gott ist lebendig und er hat Kraft. Das heißt, Gott redet auch mit dir, wenn du in einer lebendigen Beziehung bist. Die Frage ist einfach nur, hörst du auch hin? Deswegen, sensibilisiere dich auf sein Wort. Sensibilisiere dich auf sein Hören oder auf dein Hören. Hören setzt natürlich voraus, dass ich in die Ruhe komme, dass ich in die Stille komme. Wisst ihr, das ist natürlich schwer auf einem Konzert, in meinem Moment gibt es keine Konzerte aufgrund Corona, aber es ist natürlich schwer, wenn ich einen Vorschlag einmal in der Hand habe und irgendwas wegspitze, mich auf Gott zu fokussieren. Das geht schon ein bisschen, aber besser ist es doch, wenn ich sage, hey, wisst ihr was, ich gehe jetzt mal eine halbe Stunde raus, ich laufe mal eine Runde und ich höre mal, was Gott sagt. Oder ich setze mich mal abends hin, lasse die Klotze aus und höre mal hin, was Gott sagt. Ich hoffe, ihr könnt diese zwei Punkte praktisch für euch mitnehmen und sie helfen euch, ein bisschen besser im Alltag klar zu kommen. Ich möchte jetzt ganz kurz noch darauf eingehen, wie Gott zu uns spricht, wie er zu dir und zu mir sprechen kann. Einen Punkt habe ich eben schon gesagt, durch sein Wort, durch die Bibel. Ich glaube übrigens auch, dass das die meiste, die größte Form ist, wie Gott zu uns spricht. Wenn wir die Bibel lesen, haben wir oft den Eindruck, jawohl, da muss jetzt eine riesen Feuersäule vom Himmel fallen oder das Meer muss sich teilen, weil das ist ja passiert. Natürlich ist das passiert. Aber ich glaube, das waren besondere Wunder in besonderen Situationen. Ich glaube, der Alltag sieht oft ganz anders aus. Und deswegen glaube ich auch, dass Gott am meisten durch sein Wort zu uns spricht. Das Zweite ist, wie Gott zu uns spricht, ist natürlich durch andere Christen, durch andere Menschen, im Austausch, in der Gemeinde, im Miteinander, in dem einer zu mir kommt und sagt, hey, ich habe gehört, du hast das und das gemacht. Finde ich nicht so gut. Vielleicht will ja Gott durch diese Person gerade zu mir sprechen. Ja, auch durch Propheten. Ich glaube, es gibt heute nicht mehr allzu viele Propheten, nicht zumindest so wie im Alten Testament, weil eben Jesus in uns lebt. Aber es gibt immer noch Propheten. Und wenn Propheten kommen und uns was sagen, sollten wir das Wort dieser Menschen ernst nehmen und zuhören. Durch seinen Heiligen Geist. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, der in uns lebt. Und dieser Geist ist nicht irgendwie da oben und wir sind hier unten, sondern dieser Geist ist hier, nämlich in deinem Herz, hier drin. Und er redet ständig und immer. Wie Gottes Geist zu dir redet, kann ich dir nicht beantworten. Das ist ganz oft auf unterschiedliche Arten und Weisen. Es kann sein, dass du auf einmal total unruhig wirst. Es kann sein, dass du absolut eine Ruhe hast. Es kann aber auch sein, dass du so einen Eindruck wirst, ruf jemand an, fang an, lese diesen Vers. Ein guter Freund von mir war unterwegs in der Stadt und ist gelaufen, hat sich nichts gedacht und er hatte den Eindruck, hey, jetzt für diese eine Person zu beten. Er hat gemerkt, er wird ganz hüppelig und kribbelig. Bei ihm hat sich das so ausgedrückt, dass er total, ich will nicht sagen euphorisch geworden ist, aber er wusste genau, jetzt ist das dran. Das war so deutlich, das Reden Gottes. Es war nicht eine Stimme, die gesagt hat, hey, geh zu dieser Person, sondern es war einfach, er war unruhig. Er hat jetzt den Eindruck gehabt, ich muss jetzt zu dieser Person gehen. Und dann genau hat er eben das gemacht. Er ist zu dieser Person gegangen. Ich sage euch nicht, wie es ausgegangen ist, ganz bewusst nicht, weil ich darauf nicht eingehen will. Es geht mir darum, diese Schritte zu tun und auf das Reden des Heiligen Geistes auch zu hören. Gott redet auch durch Wunder und durch Taten. Ganz oft im Neuen Testament, rückwirkend betrachtet, aber auch ganz oft heute noch in unserem Leben. Vielleicht hast du es miterlebt, du hast für jemanden gebetet, der gesund worden ist, du hast auf einmal Geld auf deinem Konto, wo du vorher nicht gehabt hast, oder, 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 oder. Gott tut Wunder und er tut sie heute noch ganz praktisch. Und zuletzt ein Punkt noch, wo ich mir überlegt habe, wie Gott zu uns redet, durch seine Schöpfung, durch Gottes Schöpfung. Gott hat diese Erde gemacht, er hat alles, was darauf lebt, gemacht. Das heißt, er kann natürlich auch dadurch zu uns sprechen. Das heißt, dass du erstaunt bist über die wunderbare Natur, dass du begeistert davon bist, wie groß Gott ist, oder aber auch, was Gott eben durch Tiere, durch Menschen, durch was auch immer, was in der Schöpfung ist, dir sagen will. Wir als seine Kinder, wir als Christen, sollten lernen, wirklich auf seine Stimme zu hören. Wir sollten uns sensibilisieren auf das, was er sagt. Im Johannes, Kapitel 10, Vers 27, heißt es, da sagt Jesus, meine Schafe kennen meine Stimme und sie folgen mir. Bist du ein Schaf von Gott, dann solltest du die Stimme Gottes kennen und viel wichtiger noch, dieser Stimme auch nachfolgen. Ich möchte dich an diesem Punkt nicht niederdrücken und sagen, hey, du musst besser zuhören. Ich möchte dich viel mehr begeistern und sensibilisieren dafür, was Gott Wunderbares tut in unserem Leben, jeden Tag neu. Er spricht ständig zu dir. Er ist derjenige, der uns ganz praktisch im Leben begleitet, der mit uns geht und der sagt, mach dich auf. Heute nehmen die Chance und wir gehen gemeinsam. Und wenn du eine schwierige Entscheidung hast, gib sie mir ab, ich kenne sie. Es heißt nicht, dass du immer sofort eine Lösung kriegst für all deine Probleme. Es heißt auch nicht, dass Jesus sofort ein Wunder tut, wenn du betest. Aber am Ende bin ich davon überzeugt, dass wenn wir eben die Dinge mit Gott tun, dass es einfach dem Ziel, was er mit uns hat, einfach besser klarkommt und dass Jesus am Ende auch uns segnen wird in unserem Tun. Es heißt eben nicht, dass Gott uns bewahrt vor Unheil und dass Gott uns beschützt vor jedem Ding, was nicht passieren soll. Aber wir lernen, mit diesen Dingen umzugehen. Und Gott gibt uns die Kraft. Am Schluss möchte ich diesen zweiten Punkt schließen mit einem Vers, den ich passend finde, wo es eben um diese Nachfolge mit Jesus geht. Da heißt es in Matthäus 7, Vers 21, Nicht alle Menschen, die sich fromm gebärden, glauben an Gott. Auch wenn sie Herr zu mir sagen, heißt es noch lange nicht, dass sie ins Himmelreich kommen. Entscheidend ist, ob sie meinem Vater im Himmel gehorchen. Mein zweiter Punkt. Mach es konkret. Ich habe euch jetzt im zweiten Punkt schon manche konkrete Punkte gesagt, wie dieses Reden Gottes aussieht. Aber jetzt ist natürlich schon auch die Frage, wie sieht es denn jetzt wirklich praktisch aus? Ich habe ja gesagt, ich bin ein Praktiker und ich bin auch einer, der gern mit anpackt. Und deswegen möchte ich es auch hier praktisch machen. Ich möchte noch mal ganz kurz zurück auf unseren ersten Punkt, nämlich auf diese Beziehung, die wir als Christen mit unserem Vater im Himmel, nämlich mit Gott haben sollten, mit Jesus. Diese Beziehung ist ja unsere Basis, sage ich jetzt mal. Aus dieser Beziehung heraus sollte alles passieren, was wir Christen tun und was wir Christen machen. Ist es bei dir so? Jetzt müsst ihr sagen, ja klar, voll, natürlich. Yes, Amen. Ilse, vielen Dank immer. Das ist bei dir so gut. Halleluja. Wisst ihr, es geht nicht darum, ein perfektes Leben zu führen, dass es heilig ist. Das ist nie das Ziel gewesen. Es geht aber darum, ein echtes Leben zu führen, voller Hingabe für ihn, für Jesus und eben in Erwartung dadurch, dass Jesus wirkt. Jesus liebt dich. Das wisst ihr vielleicht. Habt ihr schon tausendmal gehört, deswegen. Nein, nein. Mach dir mal bewusst. Jesus liebt dich. Und aus dieser göttlichen Agape-Liebe, aus dieser Liebe, die perfekt ist, es gibt keine reinere und edlere Form der Liebe wie die Agape-Liebe, nämlich die göttliche Liebe, kann nur Gutes hervorkommen. Gott hat dich geschaffen, er kennt dich durch und durch und Gott möchte dich verändern, er möchte dein Herz verändern, er möchte dich verändern, er möchte dein Denken und dein Handeln komplett beeinflussen. Und dieses Beeinflussen von Gott ist 100% rein und gut, weil er dich liebt. Es ist nicht so ein Kuschelpapa, der dich immer in den Arm nimmt, wenn du ihn gerade brauchst, das macht er auch schon mal, aber vor allem, es ist eine Liebe, die dich verändern will, eine Liebe, die dir ins Herz geht, eine Liebe, die dich so tief erreicht, dass du sagst, ich kann und ich will nicht anders, wie mich von ihm gebrauchen zu lassen. Ich will mich verändern, ich will mein komplettes Denken und mein komplettes Handeln unter Jesu Nachfolge stellen. Johannes 14, Vers 15 sagt Jesus wieder, wenn ihr mich liebt, werdet ihr so leben, wie ich es euch geboten habe. Ein paar Verse später, in Vers 21 sagt er, wer meine Gebote annimmt und danach lebt, der liebt mich wirklich. Wenn Jesus dich so liebt, wenn Gott dich so sehr liebt, will ich dich auch noch fragen heute, liebst du ihn auch so? Gibst du ihm genau das, was Jesus dir gibt, zurück? Oder ist es eine Einbahnstraße von Jesus zu dir, der sagt, hey, ich nehme dich, ich rette dich, ich helfe dir, aber da kommt nichts zurück. Praktisch hat sich Jesus das so vorgestellt, dass es eine Beziehung ist, die absolut zweiseitig ist, die harmonisch ist, wo wir uns aufmachen, immer wieder sagen, Gott und ich will dich zurücklieben. Jesus, ich will zu dir, ich will hören, was du sagst und ich will praktisch mich von dir verändern lassen. Ihr kennt bestimmt das Gleichnis von Jesus mit dem Weinstock und den Reben. Wer von euch kennt das? Ja, schön. Ganz tolle Stelle in der Bibel, wir hatten da vor der Corona-Zeit eine richtig gute Predigt von Ben davon, da werde ich heute nicht drauf eingehen, aber dieses Bild mit dem Weinstock und den Reben, genau das ist ein passendes Bild auch für unsere Beziehung zum Vater. Wenn wir mit ihm verbunden bleiben und ständig an ihm dran sind, an diesem Weinstock, dann ist es auch so, dass wir Früchte hervorbringen in unserem Leben. Dann werden wir davon gedrängt sein, was Jesus möchte und nicht von dem, was wir selber möchten. Wenn wir am Ende das tun, was Jesus auf dem Herz hat, dann tun wir zu 100% das, was Gott möchte und dann können wir auch nicht anders wie das zu verfehlen. Ich möchte euch praktisch ein paar Tipps geben für euer Leben, wie ihr dieses Leben mit Jesus, wie ihr diese Beziehung besser leben könnt oder wie ihr vielleicht in eine Zeit wirklich mit Gott auch reinkommt, die euch verändern wird. Mein erster Tipp für euch heißt, beginn deinen Tag bewusst jeden Tag mit Gott. Streck dich aus nach ihm, wenn du morgens aufstehst, wenn du aufs Klo gehst, wenn du abends ins Bett liegst, fokussier dich auf Gott. Frag Gott, hey Gott, wo bist du? Danke für diesen Tag. Gott, danke, dass ich heute gesund aufgestanden bin. Ich will diesen Tag mit dir beginnen. Danke Gott, dass du mit mir gehst. Fokussier dich immer wieder auf ihn und beginn jeden Tag mit ihm. Das Zweite ist, sei in ständigen Kontakt mit ihm. Es nützt nichts, wenn wir morgens aufstehen und sagen, ja, ich habe jetzt meine stille Zeit gemacht, ich habe hier sogar ein ganzes Kapitel gelesen, das muss jetzt reichen bis Ende der Woche oder ich war am Sonntagmorgen in der Kirche und der Prediger hat was gesagt, ich habe es mitgenommen. Das nützt alles nichts, wenn ihr nicht unter der Woche auch praktisch danach lebt. Nämlich, sei in ständigem Kontakt mit ihm. Wenn du heute hier rausgehst, hast du Gottesdienst, soll das eigentlich, soll das Ziel dann sein, dass ihr irgendwann im Laufe des Tages sagt, hey, ich nehme mir die Zeit und such den Kontakt. Betet ohne Unterlass, heißt es an einer Stelle in der Bibel. Ohne Unterlass, das heißt ständig, immer. Ganz entscheidend, praktisch, wenn Gott dir was offenbart hat, sei es durch sein Wort, sei es durch sein Reden, dass da was ist in deinem Leben, dass er eigentlich nicht haben will, dass du es auch änderst. Wenn Gott zu dir spricht, hey, ich möchte, dass du deine Finanzen in den Griff kriegst, ich möchte, dass du deine Gewohnheiten in Bezug auf Konsum, was dein Netflix-Verhalten angeht, was deine Streaming-Dienste angeht, reduzierst, dann solltest du es tun. Es nützt nichts, wenn du auf der einen Seite sagst, Gott, ich will dich und auf der anderen Seite änderst du dein Leben nicht. Das heißt, dieses Hören bedingt am Ende auch einen Gehorsamsschritt, nämlich das zu tun, was Gott dir offenbar macht. Was das ist, kann ich dir heute nicht sagen, aber ich bin sicher, dass Gott die Antwort auf deine Fragen kennt und auf deine persönliche Situation. Die Frage vom Anfang, ist Jesus, ist Gott die Motivation für dein Leben, für die Dinge, die du tust oder nicht? Wenn die Antwort darauf ja ist, dann ist es gut. Wenn sie eher nein ist oder so ein Jein, dann würde ich dir empfehlen, mach dir nochmal Gedanken genau über diese Frage. Vielleicht ein Gedanke noch, ich zeige euch den Punkt gleich. Es ist ja so, man könnte meinen, wenn wir so als Christen mit Jesus leben und wenn wir ständig in Kontakt mit ihm sind, dass dann immer alles gut geht und dass dann unser Leben so völlig beflügelt ist vom Geist Gottes, der redet. Hey, ich sage euch, er redet immer wieder und ziemlich stark sogar. Aber es ist nicht so, dass immer alles perfekt ist. Ich habe genauso Rückenschmerzen nach meinem Arbeitseinsatz gestern und genauso stehe ich morgens auf und ich habe so einen Kopf, weil ich denke, oh, was wird auch noch alles? Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist aber der, dass ich weiß, dass die Dinge, wenn ich die für Gott tue, dass sie am Ende gut kommen. Und dann darf ich die Erwartung auch haben, hey Gott, ich habe für dich den Träger ausgebaut im Werk L. Gott, du siehst jetzt meinen Rücken. Ich bin mir sicher, du kriegst das wieder hin. Versteht ihr? Die Herzenshaltung dazu ist so entscheidend. Und ich strecke mich jeden Tag aus nach seinem Geist. Die Art und Weise, wie Gott hier auf dieser Erde wirkt. Jesus lebt, ja, aber er ist jetzt im Himmel und nicht mehr unter uns. Und deswegen hat uns Gott was geschickt, nämlich seinen heiligen Geist. Und dieser heilige Geist hat Macht. Er hat Kraft und er verändert alles und jeden, der es zulässt. Wo der heilige Geist wirkt oder in welche Form können wir ihn nicht beeinflussen. Das heißt an einer Stelle, er weht wie der Wind und wir können nicht wissen, in welche Richtung er geht. Aber dass er wirkt, ist gewiss. Und ich möchte mich immer wieder ausstrecken und sagen, Gottes Geist, komm du in mein Leben und verändere du mich und verändere du mein Umfeld. Amen. Amen. Genau. Ich hoffe, ihr könnt von diesen fünf Punkten praktisch was mitnehmen für euch und ihr dürft euch gewiss sein, dass Gott, wenn ihr euch ausstreckt, wirklich auch antworten wird. Ich möchte zum Schluss meiner Predigt noch mal ganz kurz zusammenfassen meine drei Punkte. Mein erster Punkt war wirklich, mach dir bewusst, dass Jesus alles, was er getan hat, alles, was er ist, immer aus der Beziehung zu seinem Vater getan hat. Dass Jesus nichts alleine tun konnte. Und das sollte uns am Ende dazu führen, dass auch wir in dieser Beziehung mit dem Vater leben. Mein zweiter Punkt war, hey, hör auf seine Stimme. Wenn Gott zu dir spricht, hör nicht weg. Nimm es ernst. Folg dem nach. Und mein dritter Punkt, mach es konkret. Verändere dich, verändere deine Gewohnheiten und lass vor allem zu, dass Gott in dir auch wirken kann. Denn der Heilige Geist wirkt. Der Heilige Geist wirkt in jedem, der es zulässt. Und ich werde euch jetzt zum Abschluss meiner Predigt noch ein Lied vorspielen, wo es eben genau darum geht, wie er wirkt und wo er wirkt. Gott ist treu und er wird am Ende, das dürft euch gewiss sein, euch zum Ziel bringen, wenn ihr es zulasst. Und so hoffe ich, dass ich euch motivieren kann, wirklich in radikaler und in leidenschaftlicher Nachfolge hin zu Jesus zu leben. Und dass ihr am Ende, wenn wir uns vielleicht in zwei Jahren wiedersehen, nicht am gleichen Punkt seid wie heute, sondern dass ihr reifer seid, reifer im Glauben und gewachsen seid, hin zur Liebe zu ihm und dass ihr hoffentlich auch praktische Momente erlebt, in denen Jesus euch verändert und regiert. Gott ist treu, sei du es auch. Amen. Amen.